Samstag, 3. August, 14 Uhr, Brunstermunster gegen Kaiserslautern. Brunstermunster fange ich jetzt an, nur von Vorlesen, von Stadt 11. Max Schulze, 13. Julien Schauerte, Olle, Kietner, Simon, Schreider, Nikolas, Heidemann, Kevin, Rodrigues, Hes, Bries, Heinz, Mür, Mischel, Frau Hachiaudolin Wagner, Sie erheb, Üstgern, Rufat, das Hof, Luca, Schnellbrecher, jetzt kommt 1. FC Kaiserslautern, Lena Kriel, O.C. Junior, Matvila, Dominic Schatt, Gino Frischner, Bilib Herrscher, Carlo Schickeniger, Yannick Bachmann, Manfred Skarke, Timmy Thiele, Florian Pick, Christoph H. Himmlein, Das war's Bronstein-Münster gegen Kaiserslautern und Kreis 3 zu 2. Bronstein-Münster hat gewonnen. Das war's Bronstein-Münster gegen Kaiserslautern.